Heute hat die beste Elite-Kampftruppe der Welt sich entschieden, uns nicht mehr zu beschützen. Die sind schon hier? Auf meinen Befehl hin wurden die G.I. Joe ohne Rücksicht auf Verluste ausgelöscht. Die G.I. Joe sind Geschichte. Das war alles eine Falle. Nur wir sind übrig. Das wird die größte Umverteilung von Macht, die die Welt je erlebt hat. Coole Maske. Unsere Regierung wurde hintergangen. Legen wir los. Die Welt rettet sich nicht von alleine. Wie es aussieht, können wir keinem mehr trauen. Ein Gewester noch. Geht's Ihnen gut? Ja. Wie geht's Ihnen? Naja, ein bisschen hohen Blutdruck. Ja, 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 ein bisschen hohen Blutdruck. Vielen Dank.